Also es heisst Arabisch. Ich konnte nicht mehr schlafen, bis er bei Mohammed um die Hand angehalten hat und gesagt, ich biete 150 Schafe an. Der Mohammed hat geantwortet bei Allah, es freut mich, dass meine Tochter dir gefallen hat. Doch wert ist sie, meine Seele, 220 Kamel und darunter kann ich dir sie auf Kefalla. Da hat der Abdel Assar gesagt, oh sei dir, auf so einen teuren Handel gehe ich nicht ein. Ist furt, hat gleich drauf schon eine billige Reigno, die nicht so schön war, dafür eine gescheite. Doch wenn es Nacht wird über der Sahara, schaut er den Mond am Himmel hell und klar an. Und ruhrt hier und da den schönen Augen an. Und denkt hat er doch früher an Fasparra.